In dieser Demo sehen wir, wie die Trinity-Funktionen den Ares Commander Anwendern moderne Werkzeuge für die Zusammenarbeit an die Hand geben, die ihnen helfen, effektiver mit anderen Anwendern, Kollegen und Kunden zusammenzuarbeiten, um letztlich die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen. Zu Beginn sehen wir hier eine E-Mail-Benachrichtigung, die ich erhalten habe. Ich sehe, dass der Kunde eine meiner Zeichnungen kommentiert hat. Er möchte, dass einige Änderungen vorgenommen werden. Die Zeichnung ist in der Cloud gespeichert, aber ich kann sie über diese Schaltfläche auch lokal in Ares Commander eröffnen. In der Kommentarpalette kann ich den von meinem Kunden gegebenen Kommentar finden und kann zu den zugehörigen Zeichnungselementen zoomen, um den Zusammenhang besser zu verstehen. In dieser Palette kann ich auch die vollständige Historie der von meinen Kollegen gegebenen Markups und Kommentaren finden. Ich kann diese nach Typ filtern und entscheiden, was angezeigt oder ausgeblendet werden soll. Das gilt auch für bereits als gelöst markierte Anmerkungen. Markups und Kommentare verändern die Zeichnung nicht. Sie bieten eine Plattform für die Zusammenarbeit, sind von der Zeichnung getrennt und können bei Bedarf ausgeblendet werden. Hier finde ich eine Sprachaufnahme von einem Kollegen auf der Baustelle. Ich treffe mich heute mit Paul. Habt ihr schon einige Bilder, wie es innen aussehen wird? Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie ich ein Markup mit Bildern erstellen kann. Ich positioniere das Markup an der entsprechenden Stelle in der Zeichnung und kann mehrere Bilder in dasselbe Markup hochladen. Markups helfen Informationen zu teilen, unabhängig davon, wo meine Kollegen sind. Ob im Büro, unterwegs oder im Homeoffice. Wir sind immer im Team verbunden. Markups und Kommentare können mit Ares Commander, Ares Touch und Ares Kudo erstellt werden, aber auch von freien Nutzern, die auf View-Only Links zugreifen. Ich habe inzwischen an der gewünschten Änderung gearbeitet und will diese nun speichern. Da die Datei in der Cloud gespeichert ist, werden die Änderungen in der Cloud-Speicherpalette synchronisiert. Ein Schlüsselvorteil ist, dass alle anderen Anwender meine Änderungen sofort sehen können. Dazu gehören auch die Mitarbeiter, die Ares Kudo oder Ares Touch verwenden. So kann niemand mit einer veralteten Version arbeiten. Ein zweiter Vorteil ist, dass ich die Arbeit an einem Computer beginnen und auf anderen Geräten fortsetzen kann. Wenn ich im Homeoffice arbeite, kann ich dennoch auf all meine Zeichnungen zugreifen. Die Dateien folgen mir auf alle meine Computer und mobile Geräte. Um eine weitere Zeichnung in meinen Cloud-Ordner hochzuladen, verwende ich die Funktion in der Cloud speichern, die ich über das Menü Datei über der Schnellzugriffsleiste oder die Zeichnungsregisterkarte abrufen kann. Nun wähle ich den Cloud-Speicher und den Ordner aus. Wenn Sie noch keinen Cloud-Speicher angeschlossen haben, können Sie den Cloud-Speicher Ares Kudo Drive verwenden. Hier können Sie auch einige Beispielzeichnungen finden. Einen Tag später erhalte ich eine weitere E-Mail Benachrichtigung. Meine Kollegin Andrea hat eine Änderung mit Ares Kudo vorgenommen. Da dieses Projekt dringlich ist, ist es für mich sinnvoll, weiterhin diese Benachrichtigungen zu erhalten. Ansonsten kann ich sie in der E-Mail oder im Ares Commander abschalten. In Ares Kudo kann ich meine allgemeinen Präferenzen verwalten und auch entscheiden, zum Beispiel nur täglich eine Zusammenfassung zu erhalten. Ares teilt mir mit, dass Andrea gerade an der Zeichnung arbeitet. Daher wird mir nur ein schreibgeschützter Zugriff angeboten. Durch diese Zugriffskontrolle wird sichergestellt, dass nicht mehrere Benutzer widersprüchliche Änderungen vornehmen können. Ich kann eine Zeichnung nicht ändern, während mein Kollege sie bearbeitet. Aber ich kann sie ansehen und auf die Markups und den Versionsverlauf zugreifen. Ich möchte mir nun ansehen, welche Änderungen Andrea kürzlich vorgenommen hat. In der Versionshistorie kann ich die Historie der von jedem Benutzer vorgenommenen Änderungen sehen und sie so besser verstehen. Das Wichtigste hier ist, dass ich die aktuelle Version mit einer vorherigen Version vergleichen kann, auch wenn ich mich gerade im Nur-Lesen-Modus befinde. Die Unterschiede werden farblich hervorgehoben. Mit der Funktion Hochstufen könnte ich sogar zu einer früheren Version zurückkehren. Aber die Änderungen sehen gut aus. Also werde ich einen Markup-Stempel und einen Kommentar für Andrea hinzufügen. Schließlich ist es an der Zeit, unseren Kunden zu fragen, ob ihm die neue Version gefällt. In der Cloud-Speicher-Palette ist es auch möglich, einen View-Only-Link zu erstellen. Dieser Link ermöglicht es, meinen Kontakten, meine Zeichnungen online anzusehen und zu kommentieren. Sie werden sich erinnern, als Sie diese Demo gestartet haben, gab es bereits einen Kommentar von meinem Kunden Paul Bond. Tatsächlich hatte ich diesen Link zur Zeichnung schon zuvor mit ihm geteilt. Der View-Only-Link ruft nun die aktualisierte und synchronisierte Zeichnung auf, so dass ich ihn nicht erneut senden muss. Unsere internen Diskussionen und Anmerkungen kann er dabei nicht verfolgen. Paul kann unsere Arbeit verfolgen, bis wir uns entscheiden, den Link zu deaktivieren. In unserer nächsten Demo werden Sie mehr über Markups und View-Only-Links erfahren. Im Wesentlichen arbeiten die CAD-Funktionen in ARIS Commander wie die in AutoCAD oder einer anderen ähnlichen CAD-Software. Deutlich besser ist, wie die Trinity-Funktionen die mobilen und Cloud-Technologien nutzen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Dadurch kann die Markteinführungszeit von Produkten reduziert und die Abschlusszeit von Projekten erheblich verkürzt werden.